Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domates. Heute mit einem Video zum Thema Markenübertragung und auch Markenverkauf. Das hängt unmittelbar zusammen und die Fragen dahinter sind, wie geht das, wer darf das und wer darf es eben nicht. Und damit beschäftigen wir uns im heutigen Video. Und keine Angst, es wird nicht trocken voller Theorie, ist natürlich wieder völlig aus der Praxis, so wie wir das jeden Tag erleben. Also erstmal grundsätzlich zur Markenübertragung als Grundlage und das ist relativ entspannt, denn beim Deutschen Patent- und Markenamt gibt es einen Vordruck, den Markeninhaber und der Markenübernehmende beide unterschreiben müssen und dann wird das zum Markenamt geschickt. Das Markenamt überprüft das in der Regel nicht. Die nehmen das so hin und übertragen das, außer sie haben Zweifel. Und wenn es zum Beispiel so ist, dass eine GmbH auf eine andere GmbH überträgt, dann gucken die schon mal ins Handelsregister, ob es die GmbH noch gibt und prüfen auch, wer ist da Prokurist oder wer ist Geschäftsführer, wer darf unterzeichnen, damit das alles seine Ordnung hat. Sehr entspannt. Beim Europäischen Markenamt und auch bei der WIPO, da macht ihr das am besten mit einem Markenanwalt eures Vertrauens, denn dort gibt es keine Vordrucke, wo Markeninhaber und auch der Übernehmende verkaufen, sondern das macht der Markenanwalt für euch und ihr gebt dort entsprechende Erklärungen ab und er kann das auch online machen, alles wunderbar. Wie gesagt, deutsche Markenamt mit Vordruck, kann aber auch da einen Anwalt machen, aber EUIPO und WIPO mit Anwalt, wunderbar, alles geregelt. So, und jetzt kommen wir mal zum Verkauf an sich. Wer kann denn eine Marke verkaufen und damit auch als Verkäufer unterschreiben? Und hier an der Stelle wird es spannend, denn kann denn jeder eine Marke verkaufen? Ha, grundsätzlich kann nur der Markeninhaber selbst die Marke verkaufen, weil er muss ja als Inhaber auch dann der Übertragung Zustimmung bzw. das Formular unterschreiben oder den Auftrag zur Übertragung erteilen. Also der Inhaber, ganz klar. Dann darf die Marke verkaufen und übertragen, der einer, der vom Inhaber bevollmächtigt wurde. Ist ja logisch, ja. So, dann haben wir noch Insolvenzverwalter, die eben von einem Gericht bestellt wurden, dass sie eben Insolvenzverwalter sind über das Vermögen desjenigen oder einer Firma, die eben Markeninhaber ist und dann muss bei der Übertragung die sogenannte Bestallungsurkunde mit eingereicht werden. Das heißt eben der Nachweis, dass das Gericht den Insolvenzverwalter eben bestellt hat und auch dann kann die Marke übertragen werden. Jetzt kommt der Fall, der eigentlich der Auslöser für das Video heute ist. Mich hat eine junge Dame angerufen, die eine Marke geerbt hat. Und auch das kann passieren, weil der Vater verstorben ist und die haben eben in den Unterlagen vom Vater die Eintragungsurkunde gefunden und jetzt möchte sie die Marke einfach verkaufen. Das geht so einfach natürlich nicht, denn den Kaufvertrag müsste der Vater unterschreiben. Den gibt es ja nicht mehr, der ist tot. Und die Markenübertragung müsste auch der Vater unterschreiben. Gibt es nicht, ist ja tot. So, wie machen wir das? Und da hat sie uns gefragt und die einfachste Erklärung ist, mit dem Totenschein und auch dem Erbschein beim Markenamt die Übertragung auf sich selbst, die Tochter eben veranlassen und dann erst kann die Marke nicht nur verkauft, sondern auch übertragen werden. Denn wir brauchen immer jemand, der unterschriftsberechtigt ist. Und das ist so das Entscheidende an dieser Stelle. Deswegen auch Insolvenzverwalter bestellt oder wie eben geschildert, die Tochter dann, wenn die eingetragen wird. Oder stellt euch mal vor, eine GmbH ist in der Liquidation und der Liquidator übersieht, dass es da Markenrechte in der Firma gibt und die Firma wird dann aus dem Handelsregister ausgetragen. Ja, dann ist die Firma quasi im Handelsregister gelöscht. Jetzt soll die Marke, aus welchen Gründen auch immer noch, verkauft, übertragen werden. Irgendjemand hat es gemerkt. Ja, und dann, ja, wer soll denn für die GmbH noch unterschreiben? Die GmbH ist weg. Die ist ja gelöscht. Gibt ja keinen mehr. GmbH ist aufgelöst. Und dann haben wir ein Problem, weil dann muss man warten, bis die Marke ausläuft. Und dann wird die Marke gelöscht. Also ist ja kein Verantwortlicher mehr da. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr mal eine GmbH auflösen sollt oder eine andere Rechtsform und es gibt den Liquidator, die Marke übertragen, auslösen, wie auch immer ihr das steuerrechtlich macht, damit das Finanzamt keinen Stress macht und die Marke rechtzeitig übertragen, damit, wenn die Firma endgültig aus dem Register gelöscht ist, jemand da ist, der dafür unterschreiben kann. Also der dann tatsächlich auch Inhaber ist. Genau. So, das soll es tatsächlich für heute gewesen sein. Ihr seht, Markenübertragung, relativ einfach. Markenverkauf und dann auch letztendlich die Marke übertragen, auch relativ einfach. Immer dann, wenn ihr zur Unterschrift, zur Übertragung berechtigt seid oder wer auch immer der Berechtigte eben ist, der muss bevollmächtigt sein und dass er eben unterschreiben kann. Ja. Dann war es das auch schon für heute. Lasst mir schnell noch einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal hier unten einfach auf Abonnieren, drücken, klicken, wie auch immer. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr bei meinen anderen Videos auch wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt es täglich, die gibt es regelmäßig. Und dann sehen wir uns, denke ich, auch morgen wieder. Bis dann. Servus.